es hallo dass ihr kommt zu einer neuen folge let's play Minecraft together du Fisch BAAA oh danke Brudi und ja wir spielen ein bisschen Mein Holz wir spielen ein bisschen Minecraft wir spielen mein Holz meins 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 let's lag alter wir sind hier auf der Insel meins scheiß Holz alter ey die Hände sind da drüben die ganz fette Insel mit Zand und Bäumen und Zivilisation gehört mir ja genau ja wie wollen wir das eigentlich machen mit den Häusern bauen wir zusammen oder ne ich geh komm geh wir da hinten auf die Insel da ist ja das die große hier scheiße lag das bei mir scheiße lag das bei mir Florian warum nicht die Trados Server als Game Server man lag das Server das Server lag überhaupt nicht der lag kein bisschen bei mir lagts der hat über ein Gigabyte RAM na und es lag immer nur CPU der lag kein bisschen was geht mit dir Junge ha ich bin der Helden ha 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 ich komm auch scheiße ich hab keine Minimap ich komm gleich aber da Bambus also dieses tolle Berg genannt mein Berg mein Berg da hinten da hinten ist so ein richtig geiler Berg da hinten ist so ein richtig geiler Berg verpiss dich Alex verpiss dich Alex verpiss dich Alex egal wer das ist der neuen Screwfoot verpissen war Alex oder hab ich doch gesagt mein Gott ich kann schwimmen ich hab mich bewusst gekillt ja ja ok Selbstmordattentäter ja taliban jetzt hab ich wenigstens wieder voll essen hab ich sie schon die ganze Zeit ich auch bin überhaupt Monster an lass uns mal auf mich zu schlagen Hör jetzt auf ich muss mal meine Grafik runterstellen wo die schon sowieso unten ist ok wir wollen wir nicht hin gehen Florian so sind die anderen wir bleiben erstmal bei einem Berg ich weiß nicht wie weit ihr weg seid also ich bin auch beim Spawn also ich bin bei ähm minus 253 erstmal 100 Blöcke weit weg wir sind sogar 200 und Z bin ich bei 800 wollen wir nicht erstmal ein Blatt suchen wo wir bauen könnten ja würd ich auch sagen nein ich bin bei ähm ich sag's dir du bist sofort wieder tot ach das ist Daniel das ist genau das ist mein Name warte ich raus hör auf oh mein Gott du stellst einfach mal hier oder so ich 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 weiß wo ich mein Haus baue ich baue ein eigenes Haus nein Pim ich baue mit dir ich baue mit dir ich baue deinen Kackstift hin das der mir gehört Pim ich baue mit dir ja ich will da so ne richtig fette Bergvilla drauf bauen ok sollten wir vielleicht mal versuchen dass wir nicht alle durcheinander reden Dankeschön ja ja wo seid ihr? ich bin alleine ey komm hier 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 machen wir zusammen dann bumsen wir alle weg ich baue gerade noch siehst du mich? Baum ab nehm ich denn die Hühner mit ja genau und ernte mal hier überall das Gras ab mach ich oh mein Gott oh mein Gott ich bin dafür dass wir einen Death-Counter machen naaa ja das muss ich auch machen das wollte ich grad auch vorschlagen oder auf Hardcore umstellen ne auf den Death-Counter den mach ich sogar rein ja ok Florian 1 Brudi 1 ja man ich bin vom Baum gefallen äh Timo bist du jetzt genau oh mein Gott Nadelwald lol es gibt verschiedene Laubfarben seit wann ja schon immer lol lol Timo bist du? ach da oben Tim bros Kohle übersehen oh der Berg hat mir das ist meine wir sollten wir vielleicht nochmal kurz besprechen wer wer ist also dass die Zustörer das vielleicht lösen ich bin Muffin Ralf ich hab'n großen Penis und ich bin also ich bin das Gokidee der mit dem großen Penis ist Power Shark der vorgelabert hat ist Muffin Ralf und der Aufnehmer ist Kanada 1 2 der Aufnehmer vor allem der Noob also Akka Flo also Power Shark Akka Tim Muffin Ralf Akka Daniel Boody Akka P Leute das hier ist mein Werk was seid ihr überhaupt ja also ich bin auch dafür dass jeder am Anfang sein eigenes Zeug baut komm gib mal mein Items her und wir sollten zusammenbauen gib mal mein Items ja ok dann kommt auf meinen Berg der ist cool ja ich bin unterwegs Tim hier ist auch Wasser und dahinter ist ein Berg Tim willst du essen? und Wüste und Abrund und fliegende Idioteninseln kleine wo kommst du? wo seid ihr? ich bin hier oben auf dem Berg da wo der Kackstift drauf ist also hier rumbauen ne? da wo ich jetzt ist Jesus da ihr müsst da hinkommen wo das Jesus kommt du warst da oh mein Gott Tim ey Leute ihr müsst dahin gehen wo das Jesuskreuz ist ja ich such mir den Weg zu Gott ja wie geil nein komm komm zum Jesuskreuz Moment ich muss erstmal hier hat jemand essen? wir fahren in den Himmel auf schau nur nach oben hier Tim essen wo ist eigentlich die Flo oder Kacklappen? ich baue grad Kohle ab ich bin noch da unten wo ich dir dein Zeug will scheiße ich bin vergiftet warum hab ich dir dein Zeug will ich bin Florian ich nehme auf und dann liegt er wieder da wo kein anderer ist ja ja was denn ich baue Kohle ab du hast du aus der Kohle übersehen 2 Minuten 12 du hast du aus der Kohle übersehen ich fick dich Alter Booty ich bin fast down ich auch ich fick dich nein ich hab noch ein Herz gib dir aber zwei Herzen ich geb dir ne Feder 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 Mann Booty lass es doch mal ohne Witz ich will hier so ein ich will hier was drauf bauen und dann macht alles kaputt scheiße ich brauch was essen also fick dich das lass doch halt Booty warte man kann keinen hoch setzen bring dich weg nee kann man nicht hey ich bin Gott ohne Witz ich will mich zurück porten port dich zu mir jetzt oh Booty ich weiß wo wir bauen beziehungsweise ich weiß wo ich baue Leute Jojan komm erst mal zu uns dass wir uns sehen ohne Witz ihr hier unten port dich nicht mehr weg einer oder gib mir kurz OP We can't have provisions to use as command ja ich kann es auch nicht ich kann es auch nicht ich kann nur noch mehr ja mit wem das kann das nicht was nochmal machen was aber macht für ein Bio-Gott die Verworte essen! Floporte nicht mal per Konsole zu Budi! Ich hab keine Konsole hier! Ja genau, ich schliess mich sehr und BÄM! LOL Gut dann laufe ich jetzt halt! Ich habe ja auch keine Permissions, obwohl ich mir OP gegeben habe Wahrscheinlich hätte ich jetzt selber dann auch nochmal neu starten sollen Wollen wir nicht, wollen wir nicht vielleicht mal alle auf einen Fleck kommen erst mal? Ja! Wir kommen alle auf meinen Jesus-Berg! Oh mein Gott! Oh, 46 Holt, das ist nice, Dankeschön! Ja, bitteschön! Und ne Fehler, und Achtung! Ach, du bist da hinten! Hi! Ich hab schon im Sand gefahren! Komm zu Gott! So, wo bauen wir jetzt unsere Hütten? Ich will meine Kinder oben auf den Berg machen! Bring zuerst Budi um! Gute Idee! Wir müssen zusammenhalten! Wir sind zu zweit! Eben! Ich glaub, dann geht's aus Kreuz, dass er irgendwie übelst geil aussieht! Ja, ich hab das nicht umsonst dahin gemacht! Okay, eigentlich schon, aber... Oh mein Gott! Also, okay, wenn wir uns jetzt alle mal treffen, dass wir dann planen können, wo wir uns Häuser machen können! Ja gut, Budi, dass du mich gar nicht umgebracht hast! Ja, wo denn? Geht euch nichts an! Ja! Ohne Witz! Ich, äh, ich wollt ja da oben was bauen, aber Budi! Ich muss alles wieder kaputt machen! Oh mein Gott! Du hast dich an wie Budi! Ja, ach quatsch! Ja, komm, Alter, wenn du mein Mensch das gut machst, du Arschloch-Wixer! Wenn du mein Hotel abreißt! Ey, das Kohle! Hab ich gar nicht! Na, gar nicht! Nee, gar nicht! Der ist eine 20 Blöcke, die er da gesetzt hat! Kannst du dir auch in den Arsch? Meine 20 Blöcke, mhm, meine Stunde ab! Alter, du hast dafür... das waren nur 21 Blöcke! Ich bin Gott! Oh mein, geil! Ah, du bist... Ich muss Gott von seinem hohen Rost stoßen! Wichtig! Gut, wir können uns kloppen, wir können uns kloppen, das ist kein Problem für mich! Ja, gut! Für mich auch nicht! Lol! Aus dem Grund! Äh, ich hätte verstanden, ich eh gewonnen, weil hinter dir war Abgrund! Scheiße! Ich glaub, da sind gar keine Mobs oder so! Bin Gott! Ich? HA! Jetzt bin ich Gott! Der Kackner-Hobst! Ich bin schon wieder... Ohne Spaß! Wo seid ihr alle? Wollen wir nicht vielleicht mal planen? Ich bin auf... Ja, ich bin auf meinem Berg! Tim, siehst du mich da hinten? Siehst du mich hier hinten? Bist du? Hier hinten? Nein! Hier irgendwo hinten, auf der anderen Seite des Berges! Ich fahre als erstes... Ich fahre mir jetzt mit der Werkbank, mache ich mir jetzt ein bisschen Holz und baue mir einen Unterschlupf! So, Jan! Ihr habt ja auch einen kleinen Unterschlupf gebaut! So, Jan! Und ne Schaufel! Und ne Schaufel! Und ne Schaufel! Ja, darfst du! Was darfst du? Was darfst du? Damit meine ich darf ich dich töten! Nein! Warte, wenn ich schaffe, ins... zum Wasser zu rennen, ich riskier's einfach mal! Wo bist du? Oh! Äh, ich? Wer? Wer? Ja, wie wär's, wenn ihr alle mal auf meinem Berg kommt? Ja, lass mal alle auf meinem Berg kommen! Ich bin unterwegs! So, wir machen jetzt nämlich mal ne gerade Fläche! Nein! Bitte nicht, oder? Und ich bin schon wieder fast down! Da ist ein Zombie! So, dann kommst du bitte mal mit! Nein! Äh, nö! Scheiße! Ich löff den F Christine mit dem Ei ding an! Nein! 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 Bsschooooooooh! Mein Gott, ich hab so gar keine Lerz! Legenelt! Ey, Ohne wird jetzt... Ne? Nein! Ja, da war jemand. Tim, bist du das? Ja, Tim, ich bin hier. Tim, rette mich. Sei mein Retter. Ich geh mal ganz kurz in die Konsole. Und gib uns allen mal OP und... Ich bin auch OP. Ey, fick dich. Fick dich. Fick dich. Lass es, bitte. Ich glaube, ich muss dazu den Server neu starten. Aboudi. Nein. Alter, ohne Witz, ich bin gleich schon wieder tot. Ich bin auch. Ich bin auch. Hab ne Hülle. Wir müssen zusammenhalten. Weißt du, ist nicht so, dass ich hier oben ein Haus baue? Er baut sich einfach runter. Ganz spartanisch ausgerüstet. LOL. Und er baut uns wieder ab! Warum machen Eier gar keinen Schaden mehr? Du hast keine Eier. Okay, Maffin Reif ist reingeworfen, ich bin unschuldig. Ja, ja. Boah, die hat mich gezählt. Alter, Maffin Reif, ich hab ein halbes Herz. Lass doch mal die Scheiße. Ach, echt gut. Du hast dich umgebracht, ich bring dich um. Komm her. Oh, dann wird es denn eigentlich wieder Tag, ey. Weiß nicht. Nimm mal den Falsch Times a Day. Ah, gelett, 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 gelett. Komm, geh drauf, geh drauf, geh doch drauf. Na, hier ist ein Kiefer. Oh, ich weiß nicht. Oh mein Gott, geh doch bitte drauf. Mir hat erstmal ne super Hülle gebaut. Ich hab auch erstmal hier. Nein, nein, nein. Alter, nein, da hab ich, da hab ich keinen Bock mehr. Oh, nicht Spaß machen. Oh mein Gott. Das ist das nächste Projekt, was du versammelst, oder was? Ja, ist nicht so, dass du damit angefangen hättest. Alter, ich hab noch gar keinen getötet. Ja. Du wolltest nur Flo umbringen, hast mich zweimal umgebracht. Nein, 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 er hat mich einmal umgebracht. Oh, Alter, ich werde vom Skelett beschossen. Scheiße, ich muss mich verpissen. Okay, Flo ist einmal gestorben. Boody ist dreimal gestorben. Ich werde dreimal gestorben. Ich auch dreimal, glaube ich. Nee, du, nur zweimal steht da. Wo steht das? Wo steht das? Power Shug is doom to fall by Das Gurke und Power Shug... Scheiße! Ich werde dieses Skelett... Creeper! Mama! Alter, ich werde hier gebackcreept. Ich bin immer wieder etwas getan. Ich sehe auch so aus wie ein Creeper. Lass mich in Ruhe. Alter, man, ich bin fast tot. Hör dir den Creeper, Alter. Oh mein Gott, Alter. Ohne Wettung werde ich von einem Skelett gefickt. Ich habe Angst. Bist du Volga aller Zeit? Scheiße! Wäre es vielleicht schon mal gut, wenn wir jetzt aufhören zu schreien. Und zweitens gehen wir nicht auf den herzlichen Jesus-Backup-Schläden. Lass uns doch jetzt mal alle vier treffen. Ich bin jetzt ganz sicher nicht in die Creeper rein. Ja, ich meine die Skelette. Oh, Creeper-Skelette. Oh, Power Shug, schrei doch nicht so rum. Floyna, wo bist du? Alter! Hoffentlich. Warum können die Skelette unter Wasser schießen? Weil du schreifst. So. Das macht enorm viel Sinn. Mein Gott, wo zur Hölle ist der Mond? Warum habe ich den Mond ausgemacht? Ich habe den Mond kaputt gemacht. Das wäre cool, wenn man zum Mond fliegen könnte. Kann man auch mit dem Mond. Ich will auf meinen Jesus-Berg. Ich will mir da eine Villa bauen. Ja, Power Shug, schrei nicht rum. Und zweitens, wie wäre es, wenn wir uns alle vier treffen und schauen, dass wir zusammenbauen irgendwo? Auf dem Jesus-Berg. Heiß mal. Der Mond geht unter, endlich. Nein, ich will auf meinen Jesus-Berg.